Ich sehe Banditen. Und eine Menge Leichen, Sophie. Es tut mir leid. Wusste ich doch, dass die Schweine uns hintergehen würden. Scheiß auf die Wichser, Aiden. Mach sie alle kalt. Das wollte ich hören. Was zur Hölle. Ersteckt das Arschloch. Du erstast nicht, Arschloch. Es geht zu mir. Gehört mir. Lass sie nicht entkommen. Nimm das. Fickser, du Fickser. Fickser, du Fickser, du Fickser, du Fickser. Susi? Susi, wo sind die Kristalle? Susi! Ja, okay. Verrat bloß nicht. Sie ist tot. Ich kann es nicht fassen. Zuerst Birdie, jetzt sie. Verdammt. Verdammt, verdammt! Du hättest nichts tun können. Nein. Außer, dass ich sie dahin geschickt habe. Und ich seh die Kristalle nicht. Jo. Wegrennen oder ich? Obst du? Ein Unholt. Ein riesiger, hässlicher Bastard. Er ist langsam. Aber seid vorsichtig. Durchsucht die anderen Leichen, Aiden. Vielleicht sind die Kristalle ja noch da. Wenn ich nur wüsste, wie ich Granaten werfen kann, zum Beispiel. Ich glaube, blocken ist schwer. Oh ja, da kommen noch mehr. Ist klar. Hohoho. Search. Auf einmal Search. Oh, oh, oh. Ja, komm schnell. Ich suche. Oh, 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 oh. Sophie, die haben alles mitgenommen. Wahrscheinlich bevor du da warst. Alles ist schiefgelaufen. Also gut. Jetzt gehen wir in die Offensive. Treffen wir uns am Lagerplatz von Jack und Joe. Oh, ja, ist klar. Wir gehen Karl holen. Und unsere Kristalle. Jack und Joe werden für diesen Scheiß bezahlen. Ey, ey, ey. Was to do. Aiden, wie geht's? Bist du am Leben, Mann? Scheiße, ich bin sentimental. Das habe ich seit meiner dritten Scheidung nicht mehr gesagt. Das ehrt mich. Aber mach dir keine Hoffnung. Bin ich so der Typ für die Ehe. Was über den Mord am Commander herausgefunden? Sophies Bruder hat etwas über Lukas Tod erwähnt. Ja, nicht bisher. Oh, ho, ho. Nice. Jetzt gibt es ein größeres Problem. Die Banditen, die du erwähnt hast, haben Karl als Geisel genommen. Oh, scheiße. Genau. Ich helfe Sophie, ihn zu befreien. Gut. Verschafft ihr ihr Vertrauen? Vielleicht finden wir so raus, was sie wissen. Pass auf dich auf. Vielleicht werden sie misstrauisch. Aber wenn du das hinkriegst, lässt uns... Ich tue perfekt nichts. Ich will den Dude auf jeden Fall besiegen, ey. Puts, Junge. Jawoll. Warte, wie war das nochmal hier mit... Da reintreten. Warte, 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 warte. Ich wollte auch mal den Speer ausprobieren. Habe ich ihn noch? Oder nee, das war das. Axt. Junge. B始mation. Ich weiß nicht was. Ich bin aber auch schlecht. Was zur Hölle? Komm, lass es mich in Räume, du euren Hinterhalt. Komm, komm. Hallo Hermann. Wo ist Sophie? Warum warst du nicht bei der Mission? Deine Freunde hätten dich gebraucht. Okay, das heißt wohl, ich soll hier warten. BABY! Mia? Noch mal ein Flashback. Eddie, hier! Mia? Aiden, was ist denn los mit dir? Mia, wo bist du? Mia? Oh nein! 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 Jack und Joe werden dafür zahlen, was sie getan haben. Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich wusste, Karls Plan ist scheiße. Und trotzdem habe ich ihm die Führung überlassen. Boah. Wie lautet der Plan? Von nun an folge ich meinem Bauchgefühl. Unter meiner Führung wird sowas nicht nochmal passiert. Wenn du dich ein bisschen mehr beeilt hättest, wären vielleicht noch mehr unsere Leute am Leben. Ich dachte, ein Pilger wie du kann rennen wie eine verfickte Gatsache. Boah, die haltiere, ey. Was? Hätten wir ihm rechtzeitig geholfen, würden wir jetzt Party machen und keine Trauerfeier. Falls du deine Meinung änderst. Er kann echt nerven. Aber eines Tages werden wir etwas Gutes für diese Stadt tun. Oah. DAN Birdie! Du und Birdie, ihr standet euch nah, oder? Er versuchte sich als Dichter, fragte mir immer seine Werke und sagte, die anderen wären zu dumm, um sie zu verstehen. Hab ihm nie gesagt, wie schlecht sie waren. Er war ein guter Junge. Ich nahm ihn in die Gruppe auf, nachdem er in einer Dark Zone seinen Vater verloren hatte. Er war zehn Jahre alt. Ja, das ist ziemlich jung. Zu jung, aber er hatte sonst niemanden. Also nahm ich ihn auf. Wenn du es schaffst, diese Banditen zu erledigen. Jack Arsch und Joe Loch. Glaubst du, die Herren Arsch und Loch umzulegen wird irgendwas ändern? Der Tod ändert normalerweise schon etwas im Leben eines Menschen. Karl hatte Unrecht. Wir hätten sie gleich verfolgen sollen. Aber... Oh, okay. Ata, hier. Hauen Sie ab. Aber sorgen Sie dafür, dass Sie niemand sieht. Ihr zwei gebt ein hübsches Paar ab, Hayden. Ich bin auf dem Dach in der Nähe. Wir müssen reden. Jetzt. Es geht um ihr Leben. Ich reiß den D-Kehl raus. Ich schlitt sie auf. Was ist das, Hallo? Ganz langsam. Stück für... ... ... ... ... ... ... Ausweichen und taumeln lassen. Oder... ... ... ... Wollen Sie da nur rum... Ach, was wollen Sie? Mir gefällt nicht, was hier vor sich geht, Hayden. Zuerst töten Jack und Joes Banditen Karls Leute. Jetzt macht Sophie sich bereit zum Vergeltungsschlag. Sie machen doch da nicht mit, oder? Sie sagten doch, ich soll ihr Vertrauen gewinnen. Ich werde Sophies Lager durchsuchen. Deshalb bin ich gekommen, um sie zu warnen. Gerüchte machen die Runde. Sie haben den Lazarus für mich gefunden. Sie könnten sie verdächtigen, ein PK-Spion zu sein. Sind Sie nur hergekommen, um mich zu warnen? Sie haben mir mit dem Lazarus geholfen. Und ich kümmere mich um meine Verbündeten. Sophie kämpft einfach nur um Wasser, das ist alles. Ich glaube nicht, dass sie misstrauisch ist. Glauben Sie das wirklich? Sie hasst die Peacekeeper. Sie gibt uns die Schuld, dem Bazar nicht geholfen zu haben. Und auch die Schuld am Tod ihrer Mutter. Wenn wir also anfangen, Ihre Leute zu befragen, seien Sie lieber vorsichtig. Danke für die Warnung. Haben Sie irgendwelche Informationen für unsere Untersuchung gesammelt? Sophie fragt sich auch, wer Lukas getötet hat. Was soll sie auch sonst sagen? Die wissen, wenn wir beweisen können, dass Sie Lukas getötet haben, gibt's ein Blutbad. Finden Sie von Sophie heraus, wann sie den Angriff plant. Halten Sie mich auf dem Laufenden, wo Sie gerade sind. Seien Sie vorsichtig. Passen Sie gut auf sich auf, Pilger. Treten Sie der Gruppe über. Okay, oh Mann, ey, das hältst du noch. Es ist Zeit für uns. Sieht aus, als sei Sophie nicht hier. Ich suche besser nach ihr. Also. Papa, es ist noch früh. Hey, hast du Sophie gesehen? Sophie. Ja, sie ging. Sie meinte. Sie ist dort lang gegangen. Ganz genau. Danke. Warte mal. Da wäre noch was. Noch eine Sache. Da stimmt was nicht. Funktioniert nicht mit. Ist kaputt. Das. Papa fragt, ob was mit deinem Funkgerät nicht stimmt. Es rauscht manchmal, aber solange es funktioniert, lass ich's lieber in Ruhe. Kann ich dich was fragen? Sicher. Aiden ist mein Name. Vincenzo. Aiden, wie bist du zum Pilger geworden? Heißt das, du bist ein Mörder? Vincenzo. Warum? Was meinst du? Warum? Boah, ist der Typ. Papa, ich warte, weil ich neugierig bin. Sagst du es mir, Aiden? Ah, lass uns ein andermal darüber reden. Und danke für dein Angebot, mir mit dem Funkgerät zu helfen. Wenn du reden willst, ist das jetzt vielleicht deine letzte Chance. Ich bin hier. Was ist mit deinem Funkgerät? Funktioniert's jetzt? Manchmal geht es, manchmal nicht. Purer Zufall. Susie, Logan, ich schwöre, ich schlitze sie auf und esse ihre Eingeweide. Birdie, Ralph, auf euch. Ich liebe euch. Was jetzt? Erinnerst du dich an den Beginn des Niedergangs, Aiden? Nur vage. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Wir hatten die Kirche ne Weile gegen die Infizierten verteidigt. Meine Mutter hatte das Sagen. Sie verlor täglich Dutzende Leute. Sie hielt alle am Leben, während ich Barney im Auge behielt. Sie flehte die Peacekeeper um Hilfe an. Wurde aber ignoriert. Und schließlich wurde sie verletzt. Es war Dämmerung. Sie brachten mich zu ihr. Aufs Dach der Sakristei. Sie sah mich und nahm mir das Versprechen ab, mich um meinen Bruder zu kümmern. Sie sagte das, als würde sie mir ein Auto leihen und sicher gehen wollen, dass ich es unbeschädigt zurückbringe. Danach ernannte sie Karls, ihrem Nachfolger, mit mir an seiner Seite. Du wirst einmal ein viel besserer Anführer sein als Karl, sagte sie. Aber solange die Welt brennt, hören die Menschen nicht auf jemanden, der so jung ist. Sie lag falsch. So habe ich mein ganzes Leben lang gedacht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt verstehe ich meine Mutter. Als Anführer musst du skropellos sein. Damals war ich nicht bereit. Jetzt bin ich es. Boah, das zieht sich, Alter. Über meine Schwester. Tut mir leid. Vielleicht muss es das nicht. Wir werden sehen. Und deshalb bist du in die Stadt, Aiden. Je schneller wir das hier durchziehen, desto weh. Aiden, Aiden. Lass uns nochmal von faul anfangen. Hier, trink dir ein bisschen Mut an. Solltest du vor einer Mission wirklich so viel trinken, Barney? Ich? Ich habe die stärkste Leber in ganz Vildor. Kümmer dich um mich selbst, Peter. Wo ist Sophie? Dort. Nicht... Oh. Oh. Boah, Neu. Ist hier. Boah, wo ist das? Kaput. Kümmer dich. Wir werden schon noch sehen. Anscheinend beobachten uns, die Peacekeeper. Lass ihn. Boah, das ist doch auch schon geklaut, ey. Far Cry. Nicht viele wachen. Die meisten schlafen wahrscheinlich. Es gibt ein paar Eingänge ins Lager. Der Vordereingang wäre Selbstmord. Da sind die meisten wachen. Du gehst zuerst rein. Wir schlagen uns von der anderen Seite aus durch. Wir nehmen sie in die Zange. Wenn irgendetwas schief geht, ziehen wir uns in die Basis zurück. Wo? Das Tango-Motel. Ja, komm. Das mach ich noch. Dann geh ich pennen. Was, 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 was. Wachen sie das Lager. Töten sie Jack und Joe's Lieutenant. Vorne ist Selbstmord. Ja. Spät. Ah, komm, 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 komm. Planänderung, Aiden. Zahnung, ja. Warte, 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 Schläuche. Ah, mit vier. Sie haben unser Versteck angegriffen. Wer? Sophie? Meine Männer sind dort. Finde Karl. Rette ihn und beschaffe unsere Kristalle. Schnell. Ich tue, was ich kann. Wem habe ich als Bein gepisst, um das zu verdienen? So. Oh, es geht bei dir. Was ist mit dem? Das ist zu hell. Hier ist nix, hier ist nix. Komm, ich will eine Stealth-Kill machen und dann... Oh, wenn ich wüsste, wie man... ... diese Dinger wirft, wie die Münzen. Ah, nice. Oh, tschau. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nicht du mit einer Trö present, natürlich. Hüft' dich! Was war das denn? Ich boxe die sich gegenseitig... Ach, das... War ich doch ein Helfer? War ich doch ein Helfer? Wo sind denn die Ganzen? Was war's? Wo, 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 wo? Wo ist jetzt echt da hoch? Oh! Ja, runter... Ich glaub, du musst das erst befreien, oder? Ja! Lass sie bluten! Scheiße, scheiße, scheiße! Keine Gnade! Töte den Dixer! Du bist tot! Irrt hast du, Bastard! Genau! Hab dich gewacht, Arschloch! Wof! Ja! Ja! Töte den Dich, der ist er. Ja, ja... Töte was. Sình ist abgelaufen! Woow, 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 woow! Nieselge-gest! 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 Nieselge! Vöööööö! Nieselge-gest! Nieselge-gest! aber die achse schon Das ist schon nervig, ey. Komm, mach das noch mal. Woah, shit. Was hat Feuer den getroffen, ey? Ich würde das Action wirklich töten. Ich bin nicht verschlossen. Ich hoffe, wie bald da bleibt weg. Ich hoffe, wie bald da bleibt weg. So, da hoch wahrscheinlich, ey. Das ist doch mal ganz oben vielleicht. Ich probier's mal ab. Du bist nicht. Du bist nicht. So. Schön, Klepper Party. Okay Ich würde hier irgendwo runter springen da Ok, da ist glaube ich auch das Le... Ja man, da ist der Lieutenant. Oh shit. Braucht hier irgendwas zum explodieren. Oh nee, der Horn, dude. Was hat er zu mir gesagt? Ich muss rausfinden, wie ich diese Dinger werfen kann hier. So, ich brauche irgendwas Explosives hier, da musst du irgendwo ein Fass hochstehen. Du bist tot. Nur Sommer, nur so. Jetzt hab ich dich ablaufen. Lebe! Versuch das mal. Halt stehen! Ich muss rausfinden, wie ich diese Dinger werfen kann hier. Mach dich los! Dich hol ich mir! Ja, das sind auch schon viele, oder? Richtung gewartet! Keine Gnade! Schlacht gegen ihn! Der zieht zu arg! Lecker! Der weckt dich! Ach, ja... Jetzt! Jetzt! Oho... Oho! Jungen. ist abgelaufen und er ist Endstation Wege falle ich dir jetzt zu runter Ja komm Hier sind ein paar Zombies noch Ich könnte gegen ihn erkämpfen Oh Hint Hint Aua Du bist die, was? Du bist die, was? Ha Hint Du bist die, was? Du bist tot Du bist tot Du bist tot Jetzt hab ich dich, Arschloch Ich hab was für dich, Arschloch Oh, der vierte, da muss man auch passen Oh, der vierte, da muss man auch passen Du bist erledigt Wo Deren wir vertreiben Hinkst du uns geschissen? Hörst Deren Woah Ey Ey So Wie ist das? Geile starschorn Du bata Hey Antas, wir gehen du linkst Kannst du das? Versuch das mal. Jetzt hab ich's. Dich hol ich mir. Kriegst du's geschickt? Verstückt dran, du Wichser. Du gehörst mir. Ich hab was für dich, Arschloch. Gefällt dir das? Jetzt. Oh, eigentlich. Nice, stabile Schienen. Sonst muss ich doch da oben klettern, ne? Boah, danach ist aber Feuerabend. Hey, warte mal. Ach nee. Boah. Was ist denn? Nee, warte, warte, warte. Alle Beute verschwinden. Boah. intentions gleiche. Wo soll man das dann bid? Google? Was bleibt so, packen. Du, dumm 싶en. Du, dumm sister. Bis dann. Morto,しょうande. Hey, wie wäre das? Do, aus? Ja, ist es denn gut. Also, ich kann dasprov pon- Hay새, bin ich in deinem quan. Basta Marschradius. Basta Nacht. Lass uns die mal und die 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 Nein, 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 nein Loot 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 Das hat's doch gelohnt Ich hab ihn jetzt vergessen hoffentlich Oh Das hat's doch gelohnt So Das war's So Nein, nein, nein.